Oh, 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 ich glaube, das wird nix. Jetzt erst mal Vollgas durchstarten, Augen zu und durch. Das geht, das klappt, wir schaffen das, wir schaffen das. Das geht schon, das ist alles in Ordnung, Leute. Das ist alles okay, ja, ich habe alles unter Kontrolle. Hallo, meine lieben Gamer. Heute will ich euch mal ein paar Lande-Challenges aus dem Microsoft Flight Simulator zeigen. Denn es gibt abseits von dem Hauptspiel, wo ihr frei herumfliegen könnt, und auch entsprechende Spielmodi, wo ihr verschiedene Landungen meistern müsst und bestimmte Vorgaben. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt die Lande-Challenges, wo es, ich sage jetzt mal, herausforderndere Landungen gibt, die ihr meistern müsst und wo ihr dafür Punkte bekommt. Und das ist natürlich schon irgendwo reizvoll, natürlich für die Leute auch, die sich denken, ja, wie viel Spiel steckt denn in dem Flight Simulator? Denn der Flight Simulator hat ja im Grunde nur sehr wenig Spielelemente, also echte Spielelemente. Und diese Lande-Challenges gehören zumindest dazu. Da kann man zumindest innerhalb von ein paar Minuten eine, ja, eine Herausforderung meistern, die, ja, auf die ihr dann vielleicht sogar ein bisschen stolz sein könnt, weil diese Lande-Challenges sind nicht gerade sehr einfach. Wir sind gerade in einer Cessna Citation unterwegs, einem kleinen Jet, einem Privatjet, und fliegen gerade Jackson an in den USA. Und das Ganze bei, ja, einem schönen Winterwetter. Allerdings haben wir, man sieht es schon, der Flieger kämpft so ein bisschen. Man, es ist Seitenwind, es ist so leichter Querwind dabei, das heißt, da muss ich immer gegenhalten und super sachte am Steuer sein. Und nicht nur, ja, genau, und ich kämpfe hier gerade mit Stall, also mit einem Strömungsabriss. Ich bin zu langsam. Ich habe das Ding vorher schon einmal geflogen, komplett gescheitert, weil ich zu schnell war und bin fett über die Landebahn drüber geschossen. Jetzt bin ich extra langsam, weil 110 Knoten ist die Landegeschwindigkeit, da bin ich ein bisschen drunter gerade mit 108, 109. Muss ich ein bisschen aufpassen. Immer ganz knapp am Strömungsabriss dran, aber ich werde es trotzdem versuchen, das Ding da runter zu kriegen. Und Landeklappen sind schon raus, 15 Grad. Trimmung ist ein bisschen auch schon gemacht. Ansonsten, das Ruder ist im Dauerbetrieb. Ich drehe die Maschine immer ganz leicht nach rechts, damit wir drinbleiben. Und man sieht, auf der Landebahn ist so eine blaue Zone. Da wäre perfekt, wenn wir da aufkommen könnten. Was fast gelungen ist. Allerdings bin ich trotzdem noch ein bisschen wieder hochgebounced. Ziemlich harte Landung. Ganz und gar keine gute Landung, ehrlich gesagt. Macht aber nichts. Eigentlich bin ich schon froh, wenn man hier runterkommt mit dem Flieger. Ihr werdet das auch ganz schnell feststellen. Und oft vielleicht auch sogar ein bisschen crashen. So, wir haben ein 323.040 Punkte errungen. Und wir sind auf dem Platz 7308. Ja, war jetzt nicht gerade besonders schön. Aber immerhin, wir sind runtergekommen. Wo ich gerade noch kurz erwähnen wollte. Genau, Crashes gibt es ja im Flight Simulator nicht wirklich. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf Boden zurast, beispielsweise, gibt es eine Schwarzblende. Das Spiel blendet aus und sagt, ihr seid gecrasht. Es gibt keine Animation oder irgendeine Inszenierung von dem Crash oder von einer Explosion, einem Unfall, was auch immer. Gar nichts. Genauso ist es, wenn ihr den Flieger überbelastet. Es ist plötzlich Schwarzblende. Oh, Flieger wurde überbelastet. Und ja, fertig. Also es gibt jetzt nichts. Es gibt kein Schadensmodell, blöd gesagt, bei den Fliegern. Es geht weiter. Wir gehen zur Challenge mit einer Beachcraft Bonanza. Eine kleine Privatmaschine. Und zwar über Nizza. Nizza bin ich ja lustigerweise schon beim letzten Video geflogen. Und Nizza ist echt immer wieder schön, herumzufliegen. Was einfach eben hier an der französischen Mittelmeerküste liegt. Und es ist einfach schön. Die hügelige Landschaft und unter uns das Mittelmeer. Das ist einfach schön. Und da direkt raus auf Mittelmeer ist auch der Nizza Airport rausgebaut. Ich habe jetzt dummerweise gar nicht aufgepasst. Übrigens beim Briefing von dieser Challenge, auf welcher Landebahn ich landen soll. Das ist entweder die, ich glaube, 22L und 22R. Ich glaube, ich visiere jetzt einfach die 22R an. In der Hoffnung, dass das die richtige ist. Ich habe halt echt nicht aufgepasst. Landeklappen sind schon mal um 12 Grad raus. Also um eine Stufe. Und ja, diese Maschine ist ja auch relativ gut nütig. Ich glaube, es ist auch in Sachen Wind wenig zu spüren bisher. Erstmal das Fahrwerk rausfahren. Ist übrigens ein Profitipp von mir. Vergesst nicht, bei Landungen das Fahrwerk auszufahren. Also das ist der Ultra-Profi-Tipp von mir. Nur damit ihr da dran denkt. Ja, ist ja schon alles passiert. So, wir kommen mal eigentlich relativ gut rein. Allerdings merke ich gerade, wir haben so einen leichten Seitenwind. Aber das geht schon. Ich sehe auch gerade hier an diesen vier Lichtern, neben der Landebahn, dass wir halbwegs okay sind. Ein bisschen zu tief. Ihr seht, das ist ein weißes Licht und drei rote Lichter. Eigentlich müssten es zwei weiße Lichter sein und zwei rot. Jetzt sind wir, ansonsten sind wir zu tief, wenn alles rot ist. Und wenn es alle Lichter weiß sind, dann sind wir zu hoch. Jetzt aktuell sind wir zu niedrig, aber ich denke, mit der kleinen Maschine geht das schon. Kommen wir ein bisschen flacher rein. Ich gehe jetzt gleich mal komplett vom Gashebel runter und werde gleich mal auf der Landebahn bouncen. Das gibt fetten, fetten Punktabzug übrigens. Wenn ihr aufkommt, wieder abhebt und wieder runterkommt. Also wenn ihr aufbounced auf der Bahn, ist nicht gut. So, jetzt noch kurz runterbremsen. Ja, allerdings hier 599.136 Punkte. Platz 4.265. War gar nicht mal so schlecht. Ich dachte, es ist viel, viel schlimmer. Wir gehen gleich zur nächsten Challenge rüber. Und zwar nach Chile. Wir sind jetzt in Chile in den wunderschönen Bergketten. Ich glaube, den Anden. Ja, das grenzt doch da irgendwie an. In Chile, schön bewaldet. Sehr, sehr unübersichtlich. Wir sind jetzt mit einer Cessna 1.72 unterwegs. Jawohl. Klappen sind auch schon raus. Und das Witzige ist jetzt, ja, wir sehen aktuell nicht die... Ja, wir haben erst mal einen Strom gesammelt. Wir sehen nicht die Landebahn aktuell. Ich habe mich jetzt auch gerade schwer getan. Das ist mein erster Versuch, mit der Maschine hier zu landen. Ich habe... Ich sehe die Landebahn immer noch nicht. Beziehungsweise ich... Man kann sie ja kennen, wenn ihr genau hinguckt. Allerdings habe ich jetzt zuerst geglaubt. Es ist dieser grüne Grasfleck hier unten. Das ist das, dass das die Landebahn ist, die Graspiste. Und daneben ist noch eine Straße, ja. Und dachte mir, komisch, das sieht aber komisch aus. Und jetzt plötzlich merke ich, ach nee, da hinten, da wo es der andere Grasfleck ist, die Lücke zwischen den Bäumen, das ist die Landebahn. Ja, gerade noch mal gemerkt, dass wir jetzt nicht einfach irgendwo im Gras landen. Wobei, mit so einer Cessna könnte das sogar gehen. Aber jetzt kommt auch endlich die Landebahn in Sicht. Und da gucken wir mal, wie gut wir runterkommen. Das sieht nämlich ganz gut aus, eigentlich. Es ist nur, der Anflug ist ein bisschen komisch, weil es sehr, sehr unübersichtlich ist. Allerdings, jetzt dürfte, ich behaupte jetzt mal, das wird nicht so ein Riesenproblem sein. Ich glaube, die Landebahn ist ziemlich kurz. Das ist einfach nur so ein kleiner Flugplatz hier. Und ich versuche das jetzt mal aus der Cockpitansicht. zu machen. Ihr könnt ja frei wählen, Cockpit- oder Verfolgersicht. Ja, ein bisschen drüber. Ja, okay. Geht, gleich noch die Bremsen aktivieren. Die Bremsen aktivieren, weil ich merke gerade, die Landebahn ist irre kurz. Oh, 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 oh. Aber es geht. So mit einer Cessna geht das noch. Weil da vorne ist die schon wieder zu Ende. Also mit einem kleineren Flieger wäre das ein Problem. Okay, 731.290 Punkte, Platz 8.205. Ja, ist okay. Definitiv verbesserungswürdig, wie alles hier. Ich habe übrigens diese ganzen Challenges aufgenommen, entweder beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch. Also ich habe da nicht groß geübt. Und da ist erhebliches Verbesserungspotenzial dabei. Da kann man viel, viel besser landen. Ich dachte ja auch am Anfang so, wow, ich habe 300.000 Punkte, das ist ja ganz schön viel. Nee, ist es überhaupt nicht. Gute Punktzahlen sind, glaube ich, über eine Million und höher. So, jetzt geht es aber weiter mit einer Beechcraft King Air. Und zwar in Quito, in Südamerika. Das ist ein Anflug. Hier ist das Interessante, dass es einer ziemlich großen Höhe ist. Ich glaube, wir sind über 2000 Meter. Das heißt, die Luft ist dünner. Entsprechend ist der Anflug ein bisschen fieser. Aber schauen wir mal. Es ist zumindest relativ übersichtlich. Fahrwerk ist schon draus. Klappen sind noch 20 Grad. Und schauen wir mal, wie wir das mit diesen zweimotorigen Maschinen hinkriegen. Die Landebahn sehen wir so ganz langsam schon. Die müssen wir jetzt bloß unseren Anflug noch halbwegs hinkriegen. Ich merke es auch ein bisschen. Es sind aktuell leichte Winde hier. Und man braucht ein bisschen mehr Power als sonst. So gefühlt zumindest, damit man das Teil hier entsprechend auf den Boden kriegen kann. So, jetzt ganz fies kommen hier ziemliche Seitenwinde. Vor allen Dingen jetzt hier über dem Fluss merke ich das. Da geht mir die Maschine komplett mit dem Ruder wirklich fies, also ziemlich, ziemlich quer stellen. Schauen wir uns das mal an, wie ich fliege komplett quer fast irgendwie. Das ist echt absolut absurd irgendwie. Diese Seitenwinde, diese fiesen, die hören, oder diese Scherwinde, die hören jetzt gleich auf. Kurz über dem Boden ist das wieder weg. Aber man muss eben diese Maschine quer, also gleich quer anstellen, damit man irgendwie im Anflug drin bleibt. Und das Ganze wird jetzt auch keine schöne Landung. Es wird, nee, es ist, nee. Ich bin auch zu schnell fast. Oder ich komme im falschen Winkel eigentlich an. Nichtsdestotrotz komme ich auf und halbwegs sicher. Ich glaube, Applaus von meinen Passagieren gibt es dafür jetzt nicht. Aber was soll's, ist ja auch, ist okay. Hauptsache, ich kriege noch ein paar Punkte aus dieser Challenge raus. Trotzdem muss ich sagen, an sich echt schön, landschaftlich auch wieder wunderschön das Ganze. So, was haben wir denn? 340.170 Punkte und Platz 2.168. Mensch, jetzt steigern wir uns aber mal so richtig. Und damit kommen wir zur letzten Challenge heute und eigentlich der interessantesten, würde ich mal sagen. Boeing 747-8. Anflug auf den JFK Airport in New York. Ganz, ganz klassisch. Große Maschine, großer Airport und hinten kommt noch schön, noch eine schöne Wetterfront auf uns zu, die uns ein bisschen natürlich entgegen, den Wind entgegen schwingt. Übrigens sieht echt unglaublich schön aus das Ganze. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, wie schön die Optik und überhaupt die Witterungen dargestellt werden im Flight Simulator. Es sieht unglaublich gut aus einfach. Das nur mal kurz am Rande, das erwähne ich auch in meinen anderen Videos ja schon. Wir haben bereits 20 Grad Klappen raus. Und wir haben vor uns, wir haben schon den geraden Anflug. Wir müssen jetzt auch keinen Endanflug machen oder Queranflug oder was auch immer. Wir sind bereits quasi auf der Final Route schon dran. Und so eine Boeing ist ganz schön träge. Die mag keine abrupten Manöver, was jetzt wenig verwundert, aber nichtsdestotrotz will ich das gesagt haben. Weil vor allen Dingen so ein großer Flieger muss ein bisschen behutsam gesteuert werden. Und er braucht ein bisschen, bis er reagiert. Ich, also genau, das ist auch noch eine Frage, die öfter kam. Ich steuere das Ganze mit einem Flight Stick. Und zwar habe ich hier von Thrustmaster den T-Flight Hotas. Das ist so ungefähr, ich glaube, der günstigste Hotas Flight Stick, den ihr euch besorgen könnt. Und ja, mit dem funktioniert das relativ gut. Also den kriegt ihr auch relativ günstig. Habe ich unten in der Videobeschreibung drin. Und mit dem gehen auch die Steuereingaben recht gut. Und zwar also eben auch die Rudereingaben und natürlich mit dem Schubregler. Das ist schon alles okay. Maus und Tastatur würde ich sowieso nicht benutzen bei einem Flight Simulator. Und Controller ist bei so einer Lande-Challenge auch schon ziemlich fies. Da müsst ihr ein bisschen die Empfindlichkeit runterstellen ansonsten. Aber ist egal. Wir sind jetzt schon mal ein Anflug und ich merke gerade, wir kriegen, ich kriege gerade eine kleine Stallwarnung. Und ich habe ein ganz kleines Problem. Oh, 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 oh. Wir sind ganz schön tief. Leute, wir sind ein bisschen tief. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, das wird nichts. Oh, jetzt erst mal Vollgas durchstarten. Augen zu und durch. Das geht, das klappt. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das geht schon. Das ist alles in Ordnung, Leute. Das ist alles okay. Ja, ich habe alles unter Kontrolle. Es gibt absolut keinen Grund zur Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Das gehört so. Den Anflug macht man so. Ich denke, meinen Passagieren hinten wird es schon allen schlecht werden in ihren Sitzen. Oder wenn die schon wahrscheinlich nicht angestellt sind, werden die sowieso alle an der Decke oben hängen. Aber es ist alles in Ordnung. Es ist auch, ja, ich habe den absolut klasse Anflug. Ich bin auch überhaupt nicht zu flach im Anflugwinkel. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich ein Wunder geschehen. Und ich bin tatsächlich schon über der Landebahn ohne Schaden an der Maschine. Das ist echt ein Wunder. Und jetzt können wir schön landen. Wobei schön ist auch, das ist auch nicht gerade schön. Das ist eine ziemlich schräge Landung. Naja, also das wird es auch nicht besonders schön. Oh, die Maschine schwankt. Störklappen raus. Und gut ist. Und ich halte es ja immer noch für ein mittleres Wunder, dass wir tatsächlich im Ganzen haben landen können, ohne dass uns irgendwie die komplette Maschine zerlegt hat. Ja, in diesem Sinne verabschiedet sich Ihr Kapitän und freut sich, Sie wieder auf dem nächsten absolut sicheren Flug begrüßen zu dürfen. Lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.